Gut, wenn ihr jetzt auch wieder Lust gekriegt habt, um das Kite mal auszuprobieren, ist jetzt eure Chance. Bei unserem Wettbewerb verlassen wir nämlich heute einen Schnupperkurs bei der Skywalker Kiteschule hier im Hochschwarzwald. Und natürlich das Ganze mit einer Übernachtung für zwei Personen in diesem wunderbaren Feldberger Hof. Wir wollen nämlich heute wissen, welche zwei Länder sind die Gastländer an der MUBA dieses Jahr? Ist das Indonesien und Ungarn, Malaysia und Slowakei oder Österreich und Thailand? Beantworten auf www.neudings.tv Und euch sehen wir nächstes Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Arrivederci. Grazie.